Herzlich willkommen auf dem Kongress der Deutschen Fachpresse in Wiesbaden. Sie sind seit 1994 in der Jury, seit 2004 Vorsitzender. Was hat sich in all diesen Jahren verändert? Oh, da hat sich also relativ viel verändert. Als ich damals einstieg, 1994, da war es noch ein Preis für den Technikjournalismus. Und entsprechend waren die Beiträge auch viel stärker insiderorientiert. Der Preis, das wissen Sie ja schon, hat sich dann verändert. In Richtung eines fachjournalistischen Preises. Und dadurch ist die Themenbreite größer geworden, den Preis. Und das reflektiert auch die Themenbreite im Fachjournalismus. Also da wird dann erkennbar sehr viel mehr andere Themen. Und damit hat sich auch die Qualitätsansprüche im Fachjournalismus, die haben sich damit verändert. Was richtig auffällig ist, ist, dass es jetzt nicht nur Detailwissenvermittlung gibt, sondern dass man sich in den fachjournalistischen Beiträgen auch mit den Strukturen der Branchen beschäftigt. Und zwar kritisch und analytisch. Sie haben gerade den Wandel der fachjournalistischen Qualität angesprochen. Welche Rolle spielt heute die Qualität im Fachjournalismus überhaupt im Mediengeschäft? Das ist nicht einfach zu beantworten, weil natürlich das Spektrum sehr breit ist. Sie wissen, wie viele Hunderte bis Tausend Titeln es im Fachjournalismus gibt und dadurch unterschiedliche redaktionelle Voraussetzungen. Aber ich glaube, der Fachjournalismus bekommt eine Veränderung durch die neuen technischen Medien, durch die Internetangebote. Die Internetangebote, die werden vor allen Dingen in Richtung entweder Foren oder aber Informationsvermittlungangebote machen, während die Printmedien stärker Hintergrund bieten können und auch sollten. Internet, Informationsvermittlung, Social Media. Was glauben Sie, wohin geht es mit dem Journalismus überhaupt in der Zukunft? Also wenn ich das wüsste, dann würde ich ja hier andere Honorarforderungen stellen. Also so genau weiß ich das nicht. Aber ich glaube, dass das, was wir kurz angesprochen haben, dass dieser Hintergrundaspekt für die Printversion im Fachjournalismus, dass der wichtiger wird. Ich hoffe, dass die Breite der journalistischen Formen im Fachjournalismus ausgeprägter ist. Ich befürchte, dass die redaktionellen Kapazitäten im Fachjournalismus weiter begrenzt und beschränkt werden. Also Sie sehen, das ist ein vielschichtiges Gebilde, was sich dort zeichnen lässt. Wohin dann die Reise genau geht, das werden Sie, Herr Schunk, sorgfältiger beobachten als ich. Nun sind Sie ein in allen publizistischen Wassern gewaschener Medienkenner und haben sich viel mit verschiedenen Medienarten beschäftigt. Was ist denn das Besondere für Sie an den Fachmedien jetzt im Speziellen? Also schon eine besondere Qualität Ihrer Fragen, dass Sie gewissermaßen universelle Antworten erfordern. Die kann ich nicht geben. Aber wir haben ja schon ein paar Punkte angesprochen. Ich glaube, dass die journalistische Arbeit durch die technische Revolution des Internets andere Akzente bekommt. Die Aktualität, die aktuelle Information wird sich immer stärker auf die elektronische Seite hin verlagern. Aber das ist eine knappe, gewissermaßen in Überschriften und Schlagzeilen verdichtete Information. Diese Information braucht eine Ergänzung mit Hintergrund, denn wenn man Dinge verstehen will, dann braucht man mehr als nur Schlagzeileninformationen und man braucht Zeit. Dadurch werden also die Printangebote Verstehensangebote sein und Hintergrundinformationen liefern, so dass tatsächlich zwischen der Aktualität im Internet und dem Hintergrund im Print eventuell ein vernünftiges Arbeitsverhältnis entstehen kann. Beide Mediensektoren wetteifern um ein sehr knappes Gut, um die Aufmerksamkeit im Publikum. Das ist ein sehr knappes Gut. Und daraus entstehen eine Reihe von Fehlentwicklungen durch die Skandalisierung, durch die permanente Beschleunigung und, und, und. Da wird es schwierig, dass der Journalist und dass der Journalismus das leistet und leisten kann, wofür sie und er, der Journalismus, angetreten ist. Aber ich möchte da eben kein dunkles Gemälde zeichnen. Ich würde sagen, wir haben hier die Chance einer vernünftigen Arbeitsteilung. Und wenn die läuft, dann muss uns nicht bange sein um den Journalismus und die Zukunft der Journalismus. Herr Professor Teichert, recht herzlichen Dank für das Interview. Herr Professor Teichert, recht herzlichen Dank.